Es bleibt ein gemeinsamer wahnsinniger Wahlerfolg am 9. Mai als Höhepunkt von vielen erfolgreichen Wahlkämpfen und es bleibt eine Doppelspitze, die als Team gewirkt hat, an die Partei gedacht hat, mit der Fraktion zusammengearbeitet hat und jetzt in den Schoß der Fraktion aufgenommen worden ist. Ja, da bleibt viel Schneckenburger und viel Glocke, das war gut. Gutes Team, haben die Grünen super dargestellt, wir haben tolle Wahlkämpfe gemacht, von den vier Jahren haben die ja quasi zwei Jahre als Vorsitzende Wahlkämpfe gemacht und erfolgreich und insofern also willkommen im Club, jetzt im Landtag. Ich hatte eine wunderbare Zeit mit Daniela und auch mit Arndt, aber mehr mit Daniela. Die letzten anderthalb Jahre haben wir zusammen verbracht und ich bin sehr, sehr froh darüber, dass es auch weitergeht, dass wir jetzt im Landtag zusammen die nächsten fünf Jahre voll machen oder wer weiß, wie viele. Ich werde die LGS vermissen, muss ich sagen. So, jetzt sind wir hier in der Info, auch hier vier Jahre Erfahrung mit Arndt und Daniela, jetzt gucken wir mal, was die sagen. Sabine, vier Jahre Glockenburger, was fällt dir dazu ein? Glockenburger, das ist ja jetzt eine ganz spezielle Verbindung. Mir fallen, ich finde, ihr solltet in der Fraktion immer ganz viele Kekse haben, das ist immer ganz wichtig. Ja, und ansonsten viel Erfolg. Liebe Daniela, lieber Arndt, wir haben unsere gemeinsamen Aktionen viel Spaß gemacht. Deswegen meinen wir beide hier, coales Stopp. Vier Jahre Glockenburger, was nimmst du mit? Meine Tränen in den Augen, ich werde beide schmerzlich vermissen. Noch mehr natürlich, ähm, denn Arndt, weil er war ja nun mal mein Chef und hat an dem Platz dort vorne immer neben mir quasi gesessen, beziehungsweise ich durfte neben ihm sitzen. Er hat sein Jackett dagelassen als bleibende Erinnerung. Ich kann mal kurz gucken, ob es mir passt. Muss. Ahndt, ich werde dich wirklich vermissen und ich werde dieses Jackett nie wieder ausziehen. Es war schön mit dir. Und mit Daniela auch.